Hey, was ist das? Das ist ein großer Typ. Was ist das? Ein Typ zum Grabelführen. Kannst du dir keinem sein? Nein, wir sind so weit auf, dort in Detroit. Was ist das? Eine Stadt. Und eine andere Seite vom Korda. Da steht es da. Da steht es? Ja, wir haben ein Städtschwamm. Kannst du ein bisschen schwamm? Na, aus mit der Witte. Dann war ich über den Korda blieben. Das ist ein kleiner Typ. Kannst du jemand sein? Du warst mit der Faschen. Ich glaube auch, das ist ein Faschen-Baut. Ja, aber mal schauen. Was ist das J.M. Gebiet? Du, du hast das Messfurt. Du hast das große Runde. Du hast das. Was hast du? Du hast eine Office für das J.M., für den Chef. Das ist das für die Tracksmärten da? Nein, nein, ich merke dich nicht. Du hast nur das Office. Oh, Herrlich, dann wollen wir wieder reisen. Komm. Nein, Herrlich, dann wollen wir noch eine neue Berei besuchen. Die Grenzberei. Die Grenzberei? Ja, komm mal her, dann. Komm, du hattest das? Das ist ein die Berei. Du hattest, das war nichts? Du hattest noch nicht vor dich? Du hattest schon vor dich. Ja, du hattest ja, du hattest. Du hattest, du warst mit ein Bogen, rieberfliegen? Ja, du hattest mich auch so. Du hattest mich dann schwer, wenn du kallest du hier rieberfliegen. gathered mit trink squared. Du hattest mich dann vor dich. Da hattest du ein paar H load. Du hattest mich da. Du hattest mich dann hoffen? Nein, du hattest. Du hattest du, du hattest mich der Bogen? Den Stuhl hattest du mit dem Helikopter in den Hebel. Das ist das Wasser. Das sind die Kabel. Das ist die neue Brie. Das ist die Briege. Bridge to the United States of America. Was ist das das erste an immer fahren? Man muss sagen. Ich sage es? Ich habe mich harin. Ich war der Briege. Der war nicht vor Ort. Aber ich freu uns nicht. 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 22? 22? Dann soll es jetzt hier. Nächstes Jahr. Dann wird es schon bei 24. Nein, ich glaube. Wenn man das klorische sieht. Wenn man das städtische sieht. Dann ist es nicht mehr freu. Oh ja. Ja. Du musst noch die strämmelde vorig machen. Die Bieter überleihen. Ich weiß nicht mehr. Was ist die Nähe Brei? Ja, das ist die Nähe Brei. Okay. Die Brei du hängst. Ja hier ist die Nähe Brei. Ich wollte mit dem Hecht drücken. Sie sind nicht so strumpf anz. Hey hey. Dann haben wir noch eine Bieter mal anz. Die Bieter, hat sich eine Bieter eingeladen? Ja, das ist die Bieter. Mir fehlt hoff die Schnee dabei. Ja, hier sind wir in Windsor, Ontario, Colorado. Ontario, die Städtische. Das ist die Städtische Bieter. Das ist die Bieter. Und jetzt die Knorrasche hier. Die Knorrasche sieht. Oh, da ist ein Fan hier. Und ich liebe Fans, dass die Bieter die Bieter haben. Ja. Das ist die Bieter. Ja, das ist die Bieter. Ja, das ist die Mutter. Dann sage ich mit Turbo und dann die Ewa. Ja, das ist die Turbo. Hey, Henrik. Was ist die Bieter? Ähm. Ich bin mit Jottersvier. Ich bin mit Tule nicht. Ja, ja. Ich bin mit Jottersvier. Und da wird's auch sehn mit dir. Ziem, mir da. Du hab sie alle ... Wie kann die sein? Ihr sollt und umfallen, hier sollt und rein umfallen? Ja. Was sollt ihr das schrauben von der Auge? Hier ist ein Fan zu sein, oder Taupe. Ist das ein Fan? Da können wir hier einmal ein bisschen an bringen. Wie kann das Fan sein? Hier ist es das und dann hier möchten sie noch Bieter überleihen. Das sind die Böse und Böse. Da sind die Böse und Böse. Da sind die Böse und Böse. Wie waren die Böse? Ja, da waren die Böse. Sie haben die Böse und Böse angezogen. Böse und Böse. Das war's. Das waren die Böse. Da werden sie sich fragen, was Böse war. Road closed. Local traffic only. Wir sind die Böse. Ich kann bloß mit den Böse. Das sind die Böse. Die Böse sind gesetzt. Nur die Böse. Das gibt es. Mehr und nur. Nur hier. Die Böse, die Construction. Was ist das? Nein, Construction. Die Böse, die Böse, die Böse. Was ist das? Das wird die Böse geben. Maletit noch. Ja, das ist hier ein Gerandspray von Detroit, Michigan und Windsor, Ontario und dann auch von Windsor, Ontario und Detroit auch. Ja. Ja. Das Land nicht spielt dich. Ja, das ist nicht für Klinik King, ich glaube. Das ist mein Geschäft. Das ist der reale Deal. Boosier, Boosier. Ja. Aber Alejandro, wo ist das jetzt? Ja, das ist nicht so, was ich gesagt habe, aber River Canard. River Canard. Das ist in Essex und Namesburg. In Windsor und Lassau. Das ist ein Schmuck. Kleine Stadt. Ja, das ist ein Leaming Town. Kleine Stadt. Ja, das ist ein Schmuck. Kleine Stadt. Ja, das ist ein Schmuck. Da soll nur Meier, aus Kleine Stadt bleiben. Das ist eine große Stadt. Ja. Sehen wir mal hier ist ein Schmuck. Was ist das? Oh ja. Da ist noch ein Karte da hin? Ich muss schon, dass es nicht liegen sollen. Mit dieser dunkel gehen oben. Da wird mir ein Schmuck das Video geben. Schmucker rief. Das ist auch nicht so ein Schmuck. Das ist auch nicht so ein Schmuck, deswegen geht es nicht so ein Schmuck. Das ist ein Kleine Stadt. Aber das ist ja. Nein! Nein, nicht viel. Aber alles hier sein, da ich will. Und wir haben noch eine schöne Eiscreme, wie das Stück hier. Eiscreme. Aber das hier nebenher habe ich noch einmal auf drei Hände gekommen. Nur die Kugel hier abgedeckt. Nur River Canard. Aber ich muss sagen, es ist ein Wart und Klima. Und ich mag es wieder von dieser Seed. Sieh auch, das ist noch eine... Oh, das ist eine große Kugel. Von vielen habe ich gedacht, wie viel ein kleiner Bietchen. Das sind mit Bäumen, mit Schurber. Das ist auch ein Kugel. Wow! Das ist noch eine Ernaugraute. Ja. Ja, das ist ein bisschen Aquafilmung. Das war hier bei der Breiweinung. Hier vorne. Verstehst du vorne? Ja. Ja, das ist ein bisschen hier vorne. Das ist der Rifa. Das ist der Rifa hier. Wie kommen die Menschen normalen Rit? Hier ist es an der Eiscreme stürt. Gestern muss ich den Eiscreme essen. Eie, schöne Eiscreme. Das ist schon so lange. Ja, das ist ein bisschen. Die Eiscreme. Äiscreme. Kannst du den Eiscreme? Ja, das ist ein Coca-Cola. Coca. Was sind wir mit dem Coca-Cola? Das ist das, Henrik? Das ist das. Was sind wir mit dem? Was sind wir mit dem Coca-Cola? Was sind wir mit dem Coca-Cola? Da ist ein Wouta. Ich bin mit dem Wouta. Wouta? Ja, ich trinke noch mal Wutatrinken. Wer trinkt Wutat? Ich trinke noch mal. Oh, ich trinke noch mal. Ja, aber ich trinke noch. Ich trinke noch mal. Ich trinke noch mal ein Video, wo die den Winsert, den Fabrik schaffen daßen und da stehen immer drei zwei, drei Kotterbuddeltjes. Ich trinke noch mal Wutat. Ich trinke noch mal Wutatrinken. Ich trinke noch mal ein Video, wo die ja, das ist ja schön da. Es ist ein bisschen warmes an der Schiene, aber du laufst da noch zu mir vor und du laufst so weit keil. So weit keil. Oh, dass sie ihn heute in Deutsch machen, für jeden Tag zu filmen. Wir sind bei Amersburg. Wo ist dort? Na, hier. Kannst du das ja noch nicht sein, Amersburg? Ja, ich kann, aber du sagst, du willst dich mal amdrehen. Das ist ein Knutter. Ja, da ist es ein Knutter. Ja, das ist ein Knutter. Ja, aber Knutter ist gerade, das steht. So wuss ich auch wieder neu. Nein, da ist es nicht gewandt. Hier ist Traffic. Ja, ich wohne an meinen Menschen, das muss... Was bist du begrenzt? Hermann Ginter. Ich hatte die Hand hier einen Ferd. Einen Ferd-Dealer. Ja, da würde man nicht am Hafeher mit meinen Gerard gewinnen. Da würden mich wieder auf Fud schmieren. Da würden sagen, du bist nicht in Ferd, du bist nicht gekrägt. Du bist nicht in Ferd, du bist nicht in Ferd, du bist nicht in Ferd. Ja, nein. Das ist ein Knutter, du bist nicht in Ferd. Du bist nicht in Ferd, du bist nicht in Ferd. Hallo! Danke! Danke! Hier, du filmst. Wir sind hier ganz am Riefen nach Ammer. Zwischen Amersburg und... Woher? Harrow, aber nicht. Zwischen Amersburg und Harrow. Ganz am Michigan River. Das könnte man sagen, den Detroit River. Der Untersee da, da steht es stets. Stets ist ein Untersee. Das ist schon, dass der Ring hier nicht mehr an der See. Ja. Das blinkt jetzt auch. Warte, wir sind im Messied Diesel. Wir sind im Messied Gas. Das Diesel ist im Messied Gas. Ein bisschen Flasch am Ferd, bloß Flasch am Ferd. Keine Ahnung, wie die die Gas das fragt. Dann ist es bis zu 10 Dollar am Ferd. Aber hier sind wir hier noch mal im Winter sind. Oh ja, das ist noch viel Winter. Keine Ahnung, da ist ein Scherp. Keine Ahnung, da ist ein Scherp. Was ist das? Mit Scherp. Mit Scherp. Mit Scherp. Mit Scherp. Was ist das hier? Kamp. Mit Scherp. Beste. Mit Scherp. Mit Scherp. Mit Scherp. Mit Scherp. Mit Scherp. Ich stelle jetzt. Die Scherp. relaxen nein, ich habe auch die Säulen, ich habe auch die Wesen naja was machst du hier noch? na, ich kann nicht wohl kommen drunter riefen na, ok, dann na ist es doch naja, dann soll ich uns haben ja, beim nächsten Mal kannst du mal wensen und in der in der in der in 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 Untertitelung des ZDF, 2020